so einen wunderschönen guten abend euch schön dass ihr da seid ich grüße euch ja wer ist denn überhaupt schon alles da frank ist da fragt er hat hier schon ein bisschen party vorher gemacht hallo karsten hallo tron ich grüße euch dann ist die die da kerstin hallo und mich immer ist gerade auch gekommen mich immer hat gerade noch einen bösen kommentar geschrieben im disco jahreszeiten also jahreszahlen ich habe das immer sehr gut drauf so dann gehen wir rein der brunnen quell da haben wir letztes mal aufgehört in dem tempel und mal schauen wie gut ich mit der steuerung wieder klarkommen ist jetzt schon das jetzt schon zwei wochen stimmt oder ja hier war nicht böse gemein ok mein kurz gucken wir was war dreieck weiß ich noch mal heilen das war der stand und angriff das war der boden sind automatisch auf drei ich glaube ja das war das heilen das war der jump in die richtung ok so hier war da rein so mir genau wir hatten jetzt hier nämlich irgendwie so ein portal da aber da kamen wir noch nicht rein warum auch immer keine ahnung mal schauen wird noch hier so auf uns wartet okay da oben ist wieder schöner teppich verschwinde kann ich da runter so ich glaube es fast nicht die frage was will ich da gibt es nämlich wahrscheinlich wieder zum anfang hier ist noch was und da ist noch was und da weiß ich nicht ob da was war also hier ist auf jeden fall ne da ist auf jeden fall noch was gewesen hat er mir das video die nämlich noch extra angeguckt die letzten au shit da komme ich jetzt gar nicht wieder hoch jetzt was so war das bei diesen blauen teilen weiß ich immer noch nicht was ich damit machen muss war das ein baum für ein skill ich glaube das ist ein baum für ein skill ja wo fahrrad das neue fähigkeit erlernt drücke lb in der nähe von haken oder blauen moos und licht zu ihnen zu ziehen ah okay sehr cool jetzt geht ausländisch sehr cool haben die den von aero geklaut möglich alter schwedert das ding reichweite wow da habe ich jetzt nicht mit gerechnet okay das ist aber schon sehr krass so war das okay das ist feil aber jetzt würde mich trotzdem interessieren was da hinten noch war ich habe ganz vergessen dass die dinger voll kacke sind hallo ja willkommen beim brunnen quellen mühle dir quellen alle nasses der ehemaligen quelle jedenfalls früher hatte ich ein wenig angst davor diese riesigen zahnräder zu kartografieren als wenn sie plötzlich wieder anspringen sollten aber sie liegen schon ewig so still da wie schlummernde schaumschnecken also es ist vermutlich sicher vermutlich möchtest du diese karte die dieses gewaltigen gegartens 450 geister licht er stehen yes karten danke karten heini achso 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 ich dachte das wäre ein tempel wo wir sind ist es aber gar nicht ich habe mich angenommen das wäre ein tempel gewesen wo wir sind nächster oder nee das ist nicht mehr ein quatsch das ist kein tempel gewesen also das war ja hier das dorf wo wir waren okay da müssen wir hin dadurch kommen wir weiter alles klar danke so da oben ist noch was auch aha sorry Fragment einer Energiezelle, meine Güte. Du hast ein Fragment einer Energiezelle gefunden und für die zweite Hälfte. Okay, wir haben noch keine neue gekriegt. Das ist klar. So, da können wir noch nicht hin, weil das Wasser noch vergiftet ist. So, da wahrscheinlich auch nicht. Weiß ich aber auch nicht, aber wir gehen uns dann sowieso in die Richtung zurück. Das macht es auf jeden Fall angenehmer, wenn ich jetzt die Moos-Dinger da anschießen kann. Schalter vergessen? Was für ein Schalter? Den Schalter hier habe ich doch aktiviert gehabt. Oder? Ich meine, ich habe keine Ahnung, wofür das hier ist. Ja, den Schalter habe ich aktiviert. Unter dem Energiefragment? Da war ein Schalter? Okay. Ja, stopp. So, ja. Was ist hier? Da. Ah. Manchmal kann einem Urgelei tun. Okay, den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ja, sauber. Weg mit dem Wasser. Ja. Weg mit dem Wasser. Was auch immer, das. Oh Gott. Ich glaube, das wird dauern, bis wir hier wieder hochkommen. Wie. Ich weiß nicht, ob ich das cool finde. Ich weiß nicht, ob ich das cool finde. Ich weiß nicht, ob ich das cool finde. Oh, wow. Also, die drehenden Dinger, die sind abvoll der Albtraum. Ich weiß nicht, ob ich das cool finde. Cool. An Lebenszelle. Wir brauchen noch einen Zweiter. Steuerung, komm. Okay, komm ich da hinten wohl dran? Mehr oder weniger. Ah, wahrscheinlich muss ich den passend stehen haben, dass ich da rüberkomme. Okay, verstanden. Okay. Schwinde. Ja, nochmal. Ich muss erst wieder reinkommen, Leute. Ja, die Viecher sind verdammt schnell. Au. Schwinde, Misty. Ist jetzt nicht wahr. Komm, schieß du, Misty. Wie kann ich das nochmal mit dem hochschießen? Na komm. Nochmal. Wie war das nochmal? Komm. Schieß. Ich hab's vorhin benutzt. Ich hab aber keine Ahnung mehr, wie. Das ist vorhin echt blöd auszuprobieren, wenn das Vieh nur so blöd schießt hier. Okay. Ich hab's vorhin. Blöde, Mistmücke. Boah. Blöde, Mistmücke. Zum Fassen, ey. Okay, ich hab keine Ahnung mehr, wie das geht. Da muss ich jetzt mal entschauen. Irgendwie. Nein. Wo war das denn nochmal? Da. Das sind die Moves, die ich sowieso immer benutzen kann, wenn ich's tauschen will. Wo sind denn die Moves, die ich benutzen kann, die... Ich sowieso immer habe. Aber die werden hier nicht aufgeführt. Shit, ey. Okay. Okay. Das war der Falsche. Meine Güte, kannst du mal auf mich feuern, statt immer nur daneben? Das ist egal, wo ich stehe. Hallo, Mistiges Vieh. Kann ich wahr sein, ey. Irgendwie muss das so nachzugucken sein. Das gibt's doch gar nicht. Hm. Ich glaube, ich hab's gemacht, oder? Was war denn der jetzt eigentlich hier? Der war vorhin nicht da. Okay. 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 Jetzt... ...habe ich gerade... ...keine Ahnung mehr, wie das ging. Das war L1. Dann schießt noch mal. Ne, keine Ahnung. Hm. Okay, das ist schon ein bisschen doof, dass ich gerade nicht mehr weiß, wie da ein Move geht. Da gibt es die Festhaken, Stoßtaste und Oritz. Hinter eine Grün-Laterne. Okay. Dann müsste das ja die gleiche sein, wie für das Moos. Festhaken und Stoßen. Ja. Dann sind wir hier auch durch. Ich komme da oben dann wieder raus. Geht nicht da noch raus. Oh, wow. Uff. Habe ich das Ding jetzt gekriegt da oben? Ne. Jetzt habe ich das vergessen. Oh. Die Mücke hat es erledigt. Ach, schade. Okay. Ach, da kann ich mich festhalten. Die habe ich gerade auch nicht gesehen. Hm. Okay. Gehen wir halt unten wieder zurück. Ich glaube, ich komme unten nicht wieder zurück, ne? Nö. Oh, Mann, ey. Okay. 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 Okay, der Einstieg ist heute auf jeden Fall schwieriger, als ich gedacht habe. Hahaha. Na, jetzt komm schon her, du blöde Mücke. Das ist jetzt nie wahr, ey. Kann sein, dass das mit den Projektilen von den Viechern nicht funktioniert. Das habe ich angerichtet mit dem Schalter. Ne, ich glaube nicht, dass es mit dem Schalter hier zu tun hat. Ja, doch. Stimmt. So, komm, jetzt lass mich hier raus. So, komm, jetzt lass mich hier raus. Oh, Mann, hab ich dir Hallo gesagt? Ich glaube, ja. Ich häng gerade voll neben der Spur hier. Meine Güte. Äh, Karte? Okay, wir sind links. Oh, ne, mit dir will ich jetzt nicht spielen. Ne, wo ist er da? Hier. Oh ja, das ist eine gute Idee, danke. Hahaha. Okay, vielleicht war das hier aber auch nur im Geheimgang. Oh, Heilung. Und Mana. So, jetzt können wir durch. Weiter geht's. Mein Gott. Bin ich. Okay. So, hier sind wir letztes Mal. Ah, da unten ist das Hauptportal, wo wir reingegangen sind. Okay. Wahrscheinlich nach da oder nach da. Was ist das wohl? Könnte ich das nicht irgendwie anzeigen lassen? Ne. Okay. Moin. Der Brunnquell daugt nicht zum Wandern. Bei den ganzen Rumgekreise wird mir ganz schummrig. Das kann ich gut nachvollziehen. Hätte ich das letzte Mal nicht mit meinem Kompass verloren, wäre ich jetzt auch gar nicht hier. Kannst du mir helfen, ihn zu suchen? Ich meine, ich hätte ihn jenseits dieser Tür da vorne verloren. Okay. Wir schauen mal, ob wir das finden können. Okay. Hier können wir gerade nichts mehr haben. Ich habe erwartet, dass die Dinger anfangen, sich zu drehen. Wir können aber nicht, dass wir durch die Gegend geschleudert werden. Da was ist? Was kommt schon noch? Was kommt noch, Carsten? Die Drehung wird schon aus. Was hast du? Meinst du das? Was sind die denn jetzt? Jetzt sind wir da, wo... Ah, okay. Jetzt sind wir wieder ganz am Anfang. Oder wollen wir gar nicht hin? Was ist denn das für eine bösartige Wespe? Da oben ist auch immer so eine Lebenskugel. Und das ist jetzt, wo wir gerade waren, ne? Ja, das ist wieder der Anfang. Shit, wie kann ich denn an die Kugel da oben? Hm. Okay, das Ding hat auf jeden Fall eine ziemlich krasse Reichweite. Hier vielleicht? Ich glaube schon. Okay, das ist auf jeden Fall richtig. Hm, da krieg ich da nicht noch rein. Ah, ok. Das wollte der Tat sein geworden, der kleine Uri. Witzig. Au! Der Stachel von Ari, das Zeug von der Wespe ist aber nicht so cool. Das Ziel suchen. Hmm. Hmm. Ah, Mann! Okay, es macht auch einen Unterschied, aus welchem Winkel ich da dran springe. Jetzt habe ich die Kugel da unten jetzt gekriegt. Boah, das finde ich total nervig an dem Pad. Ich glaube ja. Ich glaube, ich habe sie gekriegt. Hm. Hm. So. So. Wo müssen wir denn jetzt? Wahrscheinlich... Ja, wir sind da. Ne, da liegt der Kompass. Okay, direkt über uns. Es ist entweder rechts oder links rum. Hallo. Ich verstehe das nicht. Also dieses Touchpad auf dem PS5, ich verstehe es einfach nicht. So. Ah! 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 Irgendwo halte ich irgendwo fest. Bitte. Danke. So. Es macht einen Unterschied, wo ich da drauf drücke. Mein Gott. ich da rein ja gut alle kunden des unbekannten ist gar nicht so einfach vor allem ohne eine tasche um das ist eine sehr große tasche die du hast obwohl sie wohl wo ich sie wohl haben dürfte und vielen dank ich gebe dir dafür meinen alten kräuterbeutel der beutel ist alt aber die kräuter sind frisch so frisch durch einen neuen kräftgegenstand erhalten aus diesem kleinen beutel dringt ein würziger geruch hervor so durften wir mal schön wo sind wir denn jetzt eigentlich ich verstehe es nicht wozelle sind wir hingekommen da sind wir durchgegangen oder oder sind wir dadurch gegangen das war knapp ach so ich komme auch gar nicht wieder zurück doch ich bin genau da wo der kompass ist aber hier ist doch kein kompass ach keine ahnung wir gehen weiter so gut oder schlecht zu mir weder noch ok ich glaube bei dir brauche ich nicht fragen den brauche stimmt au au Ich hab den Arsch. Ne, jetzt im Ernst? Okay, das ist aber freaky. Als erstes töten wir den mal. Ich schluck deine eigene Medizin. Oh, was ist denn jetzt ein Bossfighter oder was? Oh no! Oh no! Ich bin da. Mistige kleine Viecher hier. So, hier geht's weiter. Ah, Fiki, bist du's? Was für ein Labyrinth diese alte Mühle doch ist. Aber jetzt ist nicht die Zeit zu trödeln. Der Weg ist weit. Ich will an Wissen gelangen und du musst eine Mühle reparieren. Okay. Und eine Freundin finden, wenn ich recht höre. Viel Glück, keine Zeit zu verschwenden. Oh, schön. Jetzt dreht sich diese ganzen Dinger alle. Oh je. Okay. Okay. Wo ist ich denn, verdammt, auch mal so wahrscheinlich jetzt hier lang? Da ist der... Da oben ist so eine Art. Wir wollen ja nicht die Secrets hier vergessen. Tada! Riesiges geisterlich Gefäß. Sehr schön. Au. Wenn ich nicht so schnell runterrutsche. Okay. So. Und jetzt müssen wir nach rechts. Gut. Oh, no. Jetzt sind wir nach unten. Ja. Ein Schalter, wofür auch immer. Oh Gott. Ich glaube, lange macht das mein Kopf heute nicht mit. Was passiert da? Hält das auf? Böööö. Okay. Ah, ja, 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 ja. Ich habe keine Ahnung, ob ich das wieder drücken muss. Zumindest bleibt die Schwerkraft noch nach unten. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Wäre sein, dass ich wieder am Anfang bin. Hallo? So öffnet sich denn da manchmal die Karte und manchmal nicht? Ich muss irgendwie nach rechts kommen. Aber nicht so, wie ich es gemacht habe. Glaube ich. Vielleicht aber auch wohl, ich weiß es nicht. Und da komme ich nicht hoch. Ach, wow, da ist eine Wand. Ich habe durch die Wand durchgeguckt. Ich weiß, dass diese Info nicht hilft, aber ich habe voll die Orientierung verloren. Ja, nicht nur du. Oh, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Wow. Ich habe schon wieder durch die Wand durchgeguckt. Oh, was zur Hölle. Ich drehe langsam am Rad. Das war im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. Ich glaube, wir sind durch, oder? Ja, tatsächlich. Wow. Raus aus der Hölle. Ich habe mich gerade gekillt. Wow. Die falsche Richtung. Ja. Jetzt hier mir den Strahlschubsen ja bestimmt. Und... Ah. Ich hier richtig? Keine Ahnung. Ich glaube schon. Vermute es mal. Okay, jetzt kommen wir da oben rein. Weil ich habe immer noch keine Ahnung, wo der Kompass ist. Aha. Resennadel. Du hast einen neuen Questgegenstand gefunden. Okay. 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 Hier war noch Energie. Äh, Gesundheit. Und ich glaube, links war noch Energie, oder? Nee, doch nicht. Wollen wir hier durchgehen vielleicht? Nee. So. Ich habe keine Ahnung, was das da ist. Das ist noch Erz. Das hätte ich wohl noch gerne. Okay. Da kommen wir jetzt auf jeden Fall nicht weiter. Aber da kommen wir weiter. Das ist schon wieder so hier. Ein, so ein Typ. Aber schön. Hm. Hä? Okay. Könnte wahrscheinlich jetzt auch nach da. Aber da ist, glaube ich, irgendein Secret. Halt dich doch da fest, bitte. Oh, wie, bitte. Wow. Wow. Wahrscheinlich wäre es schneller gegangen, wenn wir uns einfach hätten sterben lassen, oder? So. Bleiblich an das Ding da dran. Okay, vielleicht sterben wir gleich sowieso. Okay, vielleicht will ich gerade gar nicht sterben. Vielleicht kommen wir auch nicht wirklich weiter nach oben. Das war jetzt so, dass das jetzt das Erz gewesen ist. Okay. Jetzt sind wir wieder bei dem Kompass Heini. Also, ich bin gerade direkt da oben dran gesprungen. Ah, okay. Aber hier kann ich was drehen lassen. Ach so, das ist jetzt ein Shortcut. Okay. Gut verstanden. Hm. Okay. Okay, das sorgt ich jetzt. Diesmal hat es noch geklappt. Jetzt muss ich es tun, verdammt. Jetzt muss ich es tun, verdammt. Ah. Ich bin immer noch sehr verwirrend, wie viel Reichweite dieses Ding hat. Ich bin immer noch тогда. Okay. Wasp dir? Okay. Hamsarad, Yaaay! Oh, ist noch irgendwas. Ich will das wissen. Kannst du dich bitte da festhalten, Uri? Bitte. Jetzt habt ihr es nichts. Eigentlich habe ich mir nicht vorstellen. Das ist voll der Quatsch. Das Spiel schreit nach Geheimgang. Kann auch mal. Was haben wir hier? Protestaktivität. Oh, wir haben eine Geisterprüfung freigeschaltet. Ist ja... Klasse. So. Da ist was Wichtiges. Ultra-Wurfhaken aus einem neuen Geisterspiel erhalten. Ah, okay. Ich verstehe das einfach nicht mit dem Menü. So. Ultra-Haken. Das ist doch hier. Da. Haken dich pro Sprung an einen Feind fest. Okay. Ich glaube, standardmäßig ist das jetzt nicht so cool. Aber man... Könnte sein, dass man es halt irgendwo auch braucht, um hochzukommen. So. Wo bin ich? Da bin ich. Okay. Da rechts ist noch irgendwas. Jetzt wüsst du was, ne? Was ist das? Die stillen Zähne. Also, wir müssen nach da, glaube ich. Wieso auch kein Wissen, was das da ist. Also, wir müssen jetzt hier lang. Au. Der hat uns gehauen. Ich will doch gerne nach da rechts rüber auf. Wie muss man da rüberkommen? So, ich war hier doch schon. Warum bin ich denn hier nicht mal gucken gegangen? Ob ich hier noch was? Was ist er denn noch? Ah, sowas. So. Weg mit ihm. Weg mit ihm. So. Aber... Ich bin da hoch. Ah. Ich bin da hoch. Timing und so, ne? Au! Ui, 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 ui Bitte, ui, überlebt das Achso, ist die Geisterbriefung Oh nein, hahaha Oh nein O je Uff Ok, schauen wir uns die mal an Ach, du Scheiße. So weit. Und das auf Zeit. Alles. Wie ne Macke? Spinnt wohl. Ich muss schneller sein als der Kumpel da vor mir. Festgehabt. Ja, komm. Ich weiß. Oh Gott. Das ist ja voll ekelhaft. Vor allem hier dann immer direkt gegen die Krallen. Das ist ja voll. Ach Gott. Boah. Alter, das ist aber ein Überparkour hier. Das erinnert mich irgendwie zu stark an den ersten Teil, wo man alles auf Zeit da immer rennen musste beim Boss, als der Tempel zusammengestürzt ist. Das erinnert mich halt schon super. Das ist ja voll. Das erinnert mich. Was ist das? Okay, ich glaube, die Passage machen wir irgendwann anders. Das ist ja furchtbar. Ich denke immer, dass ich über die Kante drüber komme. Dann passt das so ganz knapp nicht. Nein! Nein! Das ist nicht befriedigend. Ah, warum will ich denn eigentlich immer nach da oben? Ich weiß es nicht. Es verleiht mich immer nach da oben zu fliegen. Jetzt bleibt das Ego ja voll. Das Problem ist, wenn ich vor ihm bin, habe ich auch keine Ahnung mehr, wo ich hin muss. Das kann ich nicht akzeptieren. Das kann ich nicht akzeptieren. Ah, Mist, das geht so nicht. Ich muss auf diese erste Kugel drauf, das geht nicht. Das ist anders. Auf die drehende. Jetzt komme ich da nicht drüber. Ich bin wieder. Ich bin wieder dabei. Nein, jetzt kommt schon. Hoch da! Gott sei Dank. Richtig, easy. Ah, Gott, aber das hat mir wenigstens einige von den Geisterkugeln gebracht. Okay, haben wir das. So, jetzt müssen wir eigentlich wieder nach da. Okay. So, jetzt sind wir hier. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch wieder nach oben. So. So. Noch ein, wohin? Ich weiß halt nicht, was das ist, ne? Jetzt kriegen wir ja noch raus. Oh. So. So. Ist irgendwie direkt unter mir. Ist nix. Da. Wahrscheinlich, ja. Wie kann ich denn da hin? So. Easy. So. Max Leben erhöht. Sehr cool. Das hat sich ja gelohnt. Schnell. Ja. Gut. Hat geklappt. So. Bin ich jetzt hier richtig? Ja. Gut. Rein da. So. So. Im Brunnenkölbe herbergte einst eine große Bibliothek, Ori. Wissen floss wie Wasser durch seine Mauern. Jetzt ist vieles, das eins war, verloren Und das Wasser ist still Das Sein hat zu uns gesprochen, das Licht Ja, was ist denn das da oben? Wir können es abschießen Ja, aber es bringt nichts Hä? Ich wollte das sagen, das hat man noch nicht gesehen Ich bin da zufällig reingesprungen Moin Die Legenden waren wahrer Geist Die Brunnenquellbibliothek Sieh dir nur all dieses Wissen an Aber das ist noch etwas Eine faulige Präsenz, ganz in der Nähe Da riechst du es nicht Der Geruch scheint von irgendwo da oben zu kommen Siehst du es dir mal an Während ich in diesen Büchern glättere? Was du deine Fähigkeiten natürlich verbessern möchtest Wende dich an mich Alles klar, komm, lass mal gucken Was hast du Schönes? Also Wache Lass deine Geisterkupel entstehen, die für dich angreift Wie für ein Stern, der zu dir zurückkehrt Kann ich bei dir nichts aufwerten? Nö, ich kann nur Sachen kaufen Die für einen mächtigen Speer aus Licht Verwendet eine große Menge Energie Zerstört instabilen Boden Sprungangriffe mit Geisterschlag Verursachen eine Schockwelle Also das verwendet alles Energie, ne? Ja Auch so der Achso, Sprungangriffe mit Geisterschlag verursachen eine Schockwelle Ah, okay Boah, ich weiß nicht, ob ich da was will Das ist alles irgendwie was zum Kämpfen Gefühlt Ähm Vielleicht macht das Sinn, sich mal irgendwas stärkeres zu holen Für den Fall, dass man es halt mal irgendwie brauchen sollte In einem Bosskampf Stachel Explodierender Stachel Der Stachel explodiert bei Treffer Ah, okay Ich glaube, wäre uns halt erstmal der normale Stachel So Ähm Ist blöd Wo ist denn jetzt hier mein Stachel? Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Frank, wo ist mein Stachel geblieben? Bekläre dich Ja, komm Sitz Stachel Genau, geh Ach, sind das quasi Meine Standardfähigkeiten Er ist ja Er ist ja das Geisterschwert Oh, no Oh, no Wow Okay, das verbraucht aber ultra viel Ähm Okay, das heißt Das sind die Fähigkeiten, die ich ausrüsten kann mit L2 Das betrifft aber nicht die, die ich da einwechseln kann Das sind ja dann Passive Fähigkeiten Die Die Geistersplitter Okay Ähm Ja Das verbraucht aber super viel Manna Ähm Karte Hier bin ich Da links ist noch was Ah Gesundheit und Energie erstellen Das ist gut Genau Passive und aktive Fähigkeiten Ja Okay Jetzt richte ich dir jetzt hier Ah, da ist doch Warte, ich seh das doch Will da hin Ich komm da nicht hin, verdammt Äh Hallo Jesse Weißt du, da fängst du mal um 20 Uhr an Da mit Jesse direkt von Anfang an dabei sein kann Und dann kommt die nicht rechtzeitig Schrecklich sowas, ja Ah, so vielleicht Mal schauen, ob das klappt Ich bin halt nie sicher, ob man für manche Sachen einfach jetzt Dreifachsprung braucht Oder ob ich nur zu doof bin Aber dafür war ich einfach nur zu doof So Was hat er oben? Na, hier unten kann ich nicht Zur Hölle Ach da Dachte ich Was denn da muss Was denn da muss So Okay Mal erstmal was zu doof Erstmal was kaputt machen Das ist ganz wichtig So, was haben wir da? Oh Neu 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 Mysteriöser Samen Questgegenstand Okay Davon haben wir schon ungefähr Arschviele Und ich glaub wir haben noch keine Quest erledigt Wie lange machst du heute eigentlich? 23 oder 24 Uhr? Keine Ahnung Das mache ich echt davon abhängig Wie mein Wie mein Kopf so mitmacht Jetzt gerade Lass mich los Hilf mir Rafiki Eine faulige Präsenz Gefällt mir nicht Weglaufen Ernsthaft Hab ich doch gerade schon ganz so gemacht Ah 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 Oh. Habe ich's? Habe ich's? Habe ich's? Oder geht's noch weiter? Ich glaube, ich hab's nicht. Puh. Ich glaube, ich hab's nicht. Das Wasser fließt wieder Schnell und klar, hell und sauber Du bist äußerst mutig So mutig Wir müssen es Quolog erzählen Jetzt hast du mich voll auf ein Konzept gebracht Jesse, was tust du denn? Mein Gott Fünfer Subbombe Vielen, vielen Dank an die Beschenken Wen hat's denn erwischt? Konstanten, Joe Nein-Saga, Yu Garfield und Tron Wenigstens einige der Leute Die mal öfter hier reinschauen Das freut mich, beziehungsweise Wo ich auch weiß, dass die da sind Manchmal weiß man das ja nie genau Danke, danke, danke Jesse Ich hab gefettfingert Was? Dankeschön Jetzt hab ich den Dialog nicht zu Ende gelesen Ich wusste nicht, was haben die Kätzchen gesagt Zum Schluss Ich komm nicht mehr hinterher Vielen, vielen Dank an die Ja Ja Im Namen der Beschenkten Vielen Dank So Macht mich hier mal ganz fertig Dankeschön So Wo muss ich hin Gleich bin ich hier fertig, ne? So ziemlich Ich glaube ja Das ist meine aktuelle Quest Also ich hab noch die stillen Zahne Ah, okay, das ist meine aktuelle Hauptquest Okay, Ziel erreicht Conny ist fertig Ich geh dann mal Wolltest du jetzt wirklich gehen, Jesse? Das ist aber doof Kannst du jetzt nicht gehen? Schnüff Reportieren? Ne, da Bin dann da Teleportieren Ja, also hier kriegt mich irgendwie noch kaputt Das ist kein Problem Okay, Jesse Dann Vielen, vielen Dank nochmal Und Dann Wünsche ich dir eine gute Nacht Sklaflut Ganz schön früh dran heute, oder? Sklaflut Erhol dich gut Morgen bin ich dabei Ich wollte noch Dinge tun heute Ja, du brauchst doch Urlaubsgeld So schnell ist, wird es leider nicht Geh nicht Bett Also noch nicht, okay Alles klar Und Jesse, dann bis morgen Dankeschön, dass du da warst Bis morgen Tschüss Wir müssen oben rum Ich weiß nicht mehr, ob ich hier schon war Wer wollte mich da jetzt wieder ärgern? Frank Frank, dankeschön Ich muss diesen blöden Sound da mal ändern Ich finde den richtig kacke Den Sound, muss ich ganz ehrlich sagen Für die Urlaubskasse Dankeschön, Frank Aber so schnell ist Twitch nicht Der Sound, der muss echt weg Ach hier, er Ja, stimmt Takk, dankeschön Uff, das ist weit weg. Habt ihr gerade gesagt, deinen Freundin? Hm, okay, das hört sich falsch an. Ähm, wo geht es denn eigentlich hin in den Urlaub? Stimmt, das hat noch gar keiner gefragt, ne? Ähm, es geht zur Nordsee. Gefallene Freundin, also, muss ich mal schätzen, hier rechts rum. Sorry. Oh, wie cool. Kann wieder swimmen. Nicht so cool, wenn ich ja saufe. Muss ja jemand sein. Ah. Woher komme ich da hin? Genau, wo da soll ich noch nicht hinkommen. Wahrscheinlich bräuchte ich einen Dreifachsprung dafür. Aber es ist doch viel zu kalt, um im Meer zu planschen. Ähm, ja, wir sind da an, ähm, oh. Okay, hat funktioniert, ja, wenn ich mitgerechnet. Ähm. Wir sind, äh, bei so Centerparks-Dingens sind wir. Mit, äh, ähm, so'n, so'n Spaßblatt und so. Deswegen geht das auch dann zu der Jahreszeit an, Herr Nordsee. Hallo, Cassie, ich grüße dich. Ah, vielleicht schwimme ich mal ein bisschen schneller. Wir nehmen wohl noch was. Äh. Das, das unter Wasser finde ich schon sehr cool. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, okay. Oh, wie ist so ein Insta-Ripf, wenn, wenn er trinkt. Das stimmt noch mehr. Stimmt. Du musst weiterarbeiten, bis nachher. Wir? Fährt jemand, den wir kennen? Hm? Wer weiß das schon? Also ich war auf jeden Fall nicht allein, sagen wir es so. Ähm, Kessin, das ist gar kein Problem, weil der Nordsee muss man ja sowieso den halben Tag hinterherlaufen. Meinst du jetzt wegen Elbe und Flut, Kessin? Au! Was hast du, Misty? Au! Au! Ja, und den anderen halben läuft sie einem dann hinterher, genau. Ja, wegen Elbe und Flut. Die Mühle ist wieder in Betrieb, das Wasser fließt schon, quietschende Mühle, rauschendes Wasser. Jetzt können wir fischen, jetzt können wir schwimmen. Ja, das könnt ihr wieder. Ich hätte gerne noch ein bisschen Mana kugeln, das ist ja ganz cool. Ist da irgendwas? Hahaha! Au! Okay, die Viecher sind echt bösartig. Und bei Elbe ist die Nordsee sehr weit weg. Das stimmt. Da muss man schon ein bisschen weiterlaufen dann. Hä? Was zur Hölle? Okay. Da muss ich wahrscheinlich das Projektil da drauf schießen. Kann ich das denn? Ja, kann ich. Du sollst schießen! Wow! Ob da oben noch was Luft war? Ja, ich probiere es mal da oben gleich lang zu düsen. Schauen, was da ist. Hä? Also ich will das. Ich bin ziemlich sicher, dass man das so nicht machen soll. Alles mir egal. übrigens empfehlen wir die nordlichter den urlaubern connie noch wir die nordlichter den urlaubern connie noch regenjacken und gummistiefel immer griffbereit im auto zu haben habe ich sowieso habe ich sowieso weil die pilz sammler unter umständen dass man mich auch ganz dringend und spontan brauchen er habe ich tatsächlich immer im auto genauso wie etwas dickere schuhe ich kann auch schneller schwimmen schießt das war ein bisschen schneller sein wir die nordlichter den verstehe ich immer noch nicht schießt du bist wie schießen sollst du was zur hölle wieso nordlichter menschen aus den roten habe ich noch nie gehört das sieht nicht cool aus ja vorsicht oben der wald ist uns nicht wohlgewissend er gehört jetzt ihr die nordlichter habe ich wirklich noch nie gehört stille wälder nordlichter ist doch normales deutsch sagst du nur mich zu ärgern so ok ich habe schon gedacht dass das immer drauf wagen haben muss mit den dingern da ist das ist Was ist das? Okay. Und gut. Mit da rüber? Wahrscheinlich. Aber ich glaube, ich will erst noch da oben. Ja. Ja, ich bin wieder mal viel zu unredig. Ist euch schon mal aufgefallen, dass ich ein sehr ungeduldiger Mensch bin? Okay. Jetzt haben wir Schlüsselsträmpfe. Ja, wir haben noch keinen. Nö, ist noch nie aufgefallen. Okay. Der hat da noch ein Geheimnis gerochen hier. Ah, ein Schlüsselstang. Und die ist ungeduldig. Kann ja gar nicht sein. Da war wieder das Thema ungeduldig. Oh, einer. Oh, go. Oh, go. Oh, go. Ist das Kuh? Ich glaube, das ist Kuh. Da ist sie ja! Das ist sie! Awww! Okay, auf den habe ich gar keinen Bock. Der ist viel zu stark und zu groß für uns, bestimmt. Los, wir fliegen wieder. Awww. Gefallene Freundin, Quest aktualisiert. Verlasse den stillen Wald. Ja, kein Problem, das kriegen wir hin. Hä? Soll ich einfach wieder zurück, oder was? Einfach nur verlassen. Okay. Wenn das steht einfach nur verlassen, dann wartet dieses bösartige Bossvieh direkt auf uns Wetten. Erstmal gucken, ob das hier neu ist. Pff. Oh, ich dachte, da ist vielleicht noch was. Das hat wieder so nach Geheimgang gerochen. Ach, cool. Ich kann den Bogen benutzen beim Fliegen. Oh. Vielleicht sollte ich aufpassen, wo ich hinfliege. Oh, wie cool. Können wir das auch nach unten machen? Hä? Wie, 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 hä? Wie komme ich denn jetzt hier höher mit ihm? Na, dann müssen wir auf dich drauf springen. Na ja. Bö. Hä? Was zur Hölle? Wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Okay, dann gleich so. Hö. Ah. Können wir das nutzen irgendwie hierfür? Ah, okay. Ich kann es an- und ausstellen. Ja. Was ist ich, quits? Ja. Hallo. Key. Stratz, hellgeist. Du störst die Stille. Unsinn. Sie hört, sie sieht. Und du? Ja, du bist leicht zu sehen. Wir halten uns an die Stille. Jene, die es nicht tun. Ah, sie werden nie verschwinden. Weil es mir gerade so einfällt. Bist du im Uni-DC? Uni-Discord? Oder was meinst du? Chaos-Welt. Oder hast du das Elf vergessen und meinst DLC? Uni-Discord? Nee. Bin ich nicht. Bin ich von Clay oder so. Ich wüsste jetzt nicht, welchen du meinst. Welchen Discord. Also eine Frage, auf die es zwei Antworten gibt, kannst du nicht mit Jupe beantworten. Das funktioniert halt schlecht. Ich weiß halt nicht, was du jetzt genau meinst. Okay, das kann Orien so machen. Das funktioniert mit den Windstößen nicht. Den Discord. Nee, also ich weiß nicht, welchen Discord du meinst. Also wenn du irgendwie Clay-Discord oder so meinst, dann... Nein. Ähm, ich bin bei mir auf dem Discord und bei vielen anderen und bei Grillo, aber... Äh, bei Clay bin ich nicht auf dem Discord. Ich weiß auch gar nicht, ob es einen gibt. Wie kann ich denn da durch? Okay. Da komme ich wohl nicht durch. Habe ich genug? Vier? What? Was würde ich mir machen kann hier? Okay, wir sagen, was versteckt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier wieder zurück muss. Warum sollte ich denn da sein, Chaoswelt? Gibt es irgendeinen bestimmten Grund, warum ich da sein sollte? Ah, die machen Musik. Gewinnspiele. Hä? ich denke ich mir wieder von kur absteigen das war ein geisterbogen ja wo ich denn dafür hier ist kein wind mehr Oh ne, ist jetzt nicht euer Ernst, ey Vergess manchmal, dass ich auch flattern kann Bin ich jetzt wieder, ah ok, bin hier wieder unten Das will ich haben So Wer gibt's denn Botchat-Tags, die einem verschiedene Bauweisen etc. zeigen Ok Ne, das kenne ich tatsächlich nicht Weil ich bin mittlerweile auch jemand, der Ja, mein Zug Ähm, ich bin auch eigentlich mittlerweile jemand, der Sich selten irgendwelche Builds von anderen Leuten anschaut Immer noch so am rumtüfteln bin mit vielen Sachen Mir lieber erstmal selber Gedanken machen So Oh Gott Was hab ich gemacht? Wer oder was hat da geschrien Nicht cool Schreit hier schon wieder nach Secret, wollte er sagen Hallo Key Stille, sie hat sie über dich geflüstert Aber wie mutig, sie ja unbefangen durch ihre Wälder zu streifen Hast du die Steine gesehen? Kalte Statuen vergangener Reisender Die stehen als Beweis, ja für Tapferkeit Ok War es jetzt nicht so das coolste, Secret? Ist denn ja, ich bin schon Demo für gebraucht Ja Oder? Ne Nicht unbedingt Doch, Mist Ist sogar ein offizieller Discord Clay und DST haben ja auch einen offiziellen Ja Ähm Wie gesagt, ich nutze es halt wenig Vor allen Dingen, weil Clay ja auch eigentlich alles ganz gut kommuniziert Das ist aber auch echt böse mit den Feeder Komm Ist das gereicht? Ja Aber Chaoswelt Du kannst auch gerne, wenn es irgendwas interessantes gibt Das einfach mal bei uns im Discord weitergeben Das einfach mal bei uns ist Das einfach mal bei uns ist Ja Ich hab disrupt Okay, echt gut. Oh no! Ernsthaft? Okay, jetzt würde ich auch bestraft. Dann halt noch mal. Hui! Gesundheit. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Boah, Gott sei Dank, wieder gespeichert. Ach, du ernsthaft mich. Hä? Boah, wie gemein ist das denn? Wieso treffe ich das denn nicht von da? Ich vergesse auch manchmal, dass ich noch einen Schotter habe. Okay. Bist du? Ich glaube, das ist wieder so ein Rennen, ne? Oh. Wann geht das? Das war keine Absicht. So. Muss ich überhaupt hin? Verdammt nochmal. Hier, 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 hier. Ich habe keinen Bock auf den. Ich habe keinen Bock. Wenn du Hier ist niemand. Hier, das war ich anscheinend aber auch gar nicht. Das war Abo gescriptet ab der Stelle. Ich hab's im ersten Moment gedacht, ich hab das ausgelöst. Ganz cool bleiben. Großes Vögelchen. Warum eigentlich schon wieder ein Vogel? Irgendwie wissen das anscheinend alle, dass ich nicht so ein Freund von Vögel bin im Videospielen. Was hat Kerstin gemacht? Vögel sind in jedem Spiel doof. Achso, okay, ja stimmt. Au, 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 au. Wie geht's denn jetzt weiter hier? Vermutlich, ne? Dann gucken wir erst links. Das ist das Kuh nicht. Ja, Kuh ist ein toller Vogel. Los! Fall schon um! Geht er halt nicht. Okay, ich weiß noch nicht, wofür das dann da überhaupt war. Naja, egal. Jetzt wir uns nicht heilen können, ist auch ein bisschen doof. Höre? Höre! Also NOOOOOO! NOOOOOO! Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Kuh geht's gut. Kuh geht's gut. Wir sind wieder allein, allein. Kuh, hoffentlich geht's ihm gut. Oh, wir sind auch wieder nicht so gut aus. Bist ganz traurig. Oh, wir machen jetzt mal kurz eine Pause und danach geht's weiter. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Oh, wir sind immer noch ein bisschen verdattert aus. Ich kann auch nicht springen. Okay, ich kann wieder springen. Oh, das war's auch. Den schweren Schock kann oben ja nichts mehr. Nein! Oh, ist jetzt nicht wahr. Ist jetzt nicht wahr. Oh, ist das traurig. Ja, schnüff. Okay. Ja, schnüff. Untertitelung des ZDF, 2020 Hilft uns das Licht jetzt? Mach Q wieder lebendig! Ja, wir können wieder nicht verringen. Ja, wir können 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 nicht verringen. Nimm dies, Uri, damit kommst du weiter. Ja, wir können nicht verringen. 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 Also, ja, wir können nicht verringen. 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 Ach, ist hier noch irgendwo was? Ja. Ach, lass das! Au Sind die plötzlich so bösartig, die haben da sonst auch nur einmal geschossen Aha, wie ist was Süchtiges? Die es deinesgleichen bereits getan hat Es sei denn, du kannst meine letzte Tochter heilen Trage ihren vergifteten Ast, Lichtträger Finde einen Naturheiler Mach wieder gut, was deinesgleichen falsch gemacht hat Rote Ast Die Blauwächterin Das können wir wahrscheinlich noch nicht gut machen Wahrscheinlich kommt Q dann wieder zurück Ah, Teleporter Sehr gut Hat Hori noch nicht mal richtig kennengelernt Und beschimpft ihn schon, sehr sympathisch Ja, voll, ne? Wir müssen nach oben, ne? So Gehen wir einfach weiter Schwindet Was sind das hier plötzlich alles für Mistfiecher? Au Ekelhaft Was ist das? So Hier war ich mit Q Stimmt Ich weiß aber nicht mal, ob hier noch irgendwelche Secrets waren Die ich vorher nicht nutzen konnte Eigentlich sind wir ja mit Q auch überall hingekommen Aber eher nochmal Okay Nö Das lassen wir mal Oh, ich mag die Feeder, ja Wow Okay Okay Vielleicht will ich da ein bisschen zu schnell durch Vielleicht Schieß doch Nochmal Nochmal Da noch So Und nun Also hier links könnte man auch Mistigen, mistigen Mistmoskitos Okay, das Ding können wir aber einfach noch nicht freischalten Was ist das? Keine Ahnung Erstmal drauf schießen Okay, es ist einfach nur Keine Ahnung Wahrscheinlich werde ich eher sterben als da drüber zu kommen Das ist ja für Ruf Der Frank nur da, bestimmt Frank kann es sein, dass ich hier erst durchkomme Wenn ich später eine Fähigkeit habe Das hier sieht auch irgendwie komisch aus Später, okay So, wir müssen nach rechts Da arbeiten Lass mich in Ruhe, du bist mit Zwie Schlimm Weichern ist immer gut und aufladen auch So Schade Dummer Moskito Ja, wofür ist das Ding da Macht einem nicht viel Sinn Es sei denn Es sei denn, es ist eh wohl ein Secret Oh, ich sehe kein Secret Verdammt Also, was macht es hier? Keine Ahnung So Hier wurde Kuh runtergestoßen Da unten war ich halt auch noch nicht Hier hängen über diese Stacheln Wenn ich hier irgendwo einen neuen Skill kriege Was ist das? Kampfschreien? Oh, okay Was ist das? Waaah Waaah Oh Gott ist der schnell großartige spinnen ist ein eigenes gott machen die schaden hätten gerade geschossen schießen ja 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 Oh. Der erste Daumen? Ja, ich glaube Ruhe. Nur noch der. Wollen wir noch mehr? Ach, du ahnst das nicht. Okay. Was macht denn der für einen bösartigen Schaden auf dem Boden? Habe ich's? Oh mein Gott. Uff, das waren aber viele Gegner, ey. Die Energie ist auch komplett aufgebraucht. Splitterplatzverbesserung? Du kannst jetzt mehr Splitter... Oh mein Gott. Wie gut ist das denn? Oh, das wollte ich die ganze Zeit. Oh, das ist ja voll super. Ah, ein Splitter mehr. Alles klar. Wofür? Aber... Mehr Schaden? Weniger Schaden erleiden? Hm. Also in den meisten Fällen macht es eigentlich mehr Sinn, wenn ich weniger Schaden erleide, weil ich nicht so viele Gegner habe, gegen die ich kämpfen muss. Weil meistens sind die Gegner eher so stacheln und so, wo ich gegen springe. Stop. 15% mehr verursachter und erlittener Schaden. Und das ist ja nur der erlittener Schaden. Habe ich das Richtige reingenommen? Ja. Gut. Easy. Sehr schön. So. Wo muss ich hin? Nach da. Oben irgendwie. Nach da oben rechts. Ja. Cool, dass ich das noch gefunden habe. Sehr geil. Ich würde halt gerne mal dieses Ding haben, um die versteckten Sachen anzuzeigen. Das ist ja schon echt cool. Da ist mal ein bisschen Heilung. Magie wäre ja gerade ganz gut. Da komme ich noch nicht hoch. Dann will ich hoffen, dass wir da hochkommen, wo Uri runtergekommen ist. Vielleicht? Mit etwas Glück? Ich glaube das sogar noch. Hm. Okay. Vielleicht auch nicht. Nee, da kommen wir nicht hoch. Hm. 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 Das hätte doch irgendwie hier wieder hochkommen können. Ah. So. Vielleicht. Ah, diese Blindjumps, ne? Wenn man nicht weiß, wo man hinfliegt. Oder wo man hin soll. Und dann muss man sowas hier machen. Das war echt ätzend. Wow. Vielleicht muss ich die vorher köten. Warum war nicht zufällig ein Teleporter? Nee, schade. Schwinde. Oh Gott. So. Das war hier oben. Ist klar. Wie geht das jetzt hier weiter? Hier, die komischen Kugeln. Die wurden ja auch schon gesehen, aber... Futterstille. Äh... Hört sich nicht gut an. Ich bin ungerne Futter. Oh nein, hier ist der Große. Was ist das überhaupt für ein komisches Vogelvieh? Hat doch nicht so ein Leer, Uri? Hm. Hm. Der ist fies. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr. Strange. Auf jeden Fall. Oof. Hör. Wie ist das denn hier hin? Hier hinter verstecken? Ja. Okay. Ich glaub, das könnte jetzt dauern. Okay. Ich glaub, das könnte jetzt dauern. Die Leute hier irgendwie Uri bestimmt auch gar nicht durch dieses... ein bisschen Stoff da durchleuchtet. Wo muss ich hin? Verdammt nochmal. Siehst du mich hier nicht? Das ist gut. Hallo. Lass das. Äh. Okay. Ich hab gedacht, ich wär jetzt durch. Verdammt. Hä? Geht's doch weg, oder was? Nee, ist doch nicht. Hm. Gleich die Grafik wachsen. Auf damit. Okay, da muss ich aber durchlaufen. Okay. So was hasse ich aber, ne? Jetzt musst du halt überall immer warten. Das 5000 Mal. Wäre okay, wenn man jetzt halt in eins durchrennen könnte, aber... Das ist ja auch. ... ... Achso. Ich dachte, da wär ich in Sicherheit. Aber nein. Das ist irgendeine komische Pflanze, die mich futtert will. Ja, geschafft. Komisch, hier war ich vorhin doch auch noch, oder? Ich meine, ich bin doch hier noch runtergefallen. Ach, wer weiß. So. Okay, dann geht es jetzt weiter. Großartige Pflanze, aufpassen. Die will uns essen. Mein, wer kann es mir verdenken? Die sehen doch ganz lecker aus, oder? Okay, also irgendwie kann man anscheinend den Sand ablassen, weil da unten ist Erz, wo wir nicht rankommen. Hier können wir Scheme im Sand sehen, Uri. Einst war dies die Heimat der Gorlec, ehe der Verfall sie unter die Erde trieb. Ob ganz Niven so wird, wenn wir das Licht nicht zurückbringen können? Das lassen wir nicht zu. Sand ist nicht böse, ne? Hallo, Viechers. Könnt ihr was tun? Ja, könnt ihr. Kann ich den da dran schleudern? Ich will da rein. Shit, ich darf doch nicht so leim dran hängen. Das, äh... Das kann ich gesehen haben, dass die auch schießen können bis zu den Fightfohlen. Ähm... Ähm... Okay. Oh. Herz. Wir kriegen hier eine Fähigkeit, um uns dann durchzugraben. Au, diese mystischen, kleinen, scheißviecher, die Hüfte, die Viecher sind voll arsch. Schwinde. Da. Na, da geht's. Darf ich da drauf oder nicht? Na ja, ganz kurz. Da oben ist doch was. Ich seh das doch. Äh, das sieht nicht so aus, als wenn ich da drüber dürfte. Ah doch, so. Bist'n du? Okay, super gepanzerte Schnecke. Nicht cool. Ganz schön feindlich, diese Wüste. Au. Boah, der ist voll erwischt mit der Keule. So, jetzt will ich mal was ausprobieren. Hier. Machen wir den Stachel ab. Ich weiß ja nicht, ob sich das lohnt. So viel Schaden war das jetzt auch nicht. Oh. Wie wär's mit schießen, hä? Schieß doch mal. Okay. Er ist wohl einer von der Sorte, die nicht schützen will. So viel, da kommt ich nicht hier wohin. Was steht da? Keine Ahnung. Was passiert jetzt? Ah, hallo Didi. Na, fertig mit der Arbeit. Okay. Ich bin doch nicht so ganz sicher, wie ich diese Dinger hier am besten nutze. Okay, so. Ciao. Iiii. Aber du kommst hier nicht hoch. Ich weiß nicht, ob da oben noch was ist. Ich schwinde. Ah ne, gleich bin ich wieder unten. Okay. Da ist ja noch so ein Vieh, was auf dem Boden jünger schießt. Du willst das. Das ist Vieh. Okay. Ist das eben das, wo ich hin muss oder ist das Secret? Gut. So was sieht aus. Ah. Okay. Verstanden. Okay. Okay. Mann. Oh Mann. Ah. Kurz vorm Ende. Einfach gegenlaufen. Ah. Okay. Gut. Hat trotzdem geklappt. Letztes Gewicht. Du hast einen neuen Geistersplitter erhalten. Bei unter 15% Gesundheit verursachst du 20% mehr Schaden. Ah. So was finde ich immer doof. Wenn ich eigentlich mal nach Möglichkeit versuche, die Gesundheit hochzuhalten. So. Gut. Ich denke, das war's dann. Schau du Trottel. Tschau du Trottel. Ich kann hier ganz normal laufen. Ah ne, Moskilt hole du dich. Nee. Das ist nicht so gut. Da hab ich ja richtig Bock drauf, ne? Ach, das Ding kann man auch kaputt machen. Ah, gut zu wissen. Na sicher. Ja dann, BB. Keine Ahnung, ob ich die Moskitos brauchte, aber ist mir jetzt auch egal. Ich hab sie weggemacht. Weil sie nerven. Ganz einfach. Oh wow. Okay, wir nutzen die letzte Magie dann mal zum Heilen. Moin. Reisender, auf ein Wort. Nein, nein, keine Sorge, ich bin dem Verfall entkommen, der von so vielen meines Volkes Besitz ergriffen hat. Aber es gibt ein Problem. Du hast nicht zufällig etwas Wasser, oder? Ich fürchte, meine Feldflasche ist bei einem Sturz kaputt gegangen. Nicht, dass ich Durst hätte. Wie Gorlek sind hart im Nehmen. Ich könnte tagelang in dieser Wüste überleben. Aber hin und wieder ein Schluck Wasser tut der Seele gut. Und meine Seele ist am Verdursten. Ne, sorry, ich hab grad kein Wasser. Oh, oh, oh. Wühlen. Ja, okay. Wir können durch den Sand wühlen. Das wird ja spaßig. Äh? Okay, das ist sehr cool. Wühlen finde ich cool. Ah. Das wären natürlich alle so eine Lübe mit. Gut, er ist aktiviert. Geisterprüfung, jetzt ist die auch freigeschaltet worden. Oha. Okay. Das heißt, wir kommen hier nirgendwo mehr durch. Da oben ist vielleicht noch was. Man weiß es nicht. Da kann ich jetzt wahrscheinlich einen Shortcut nutzen. Da? Weiß ich nicht, ob wir da hochkommen sind. Da, ich zähle auch noch. Okay. Laufen wir mal alles systematisch ab. Äh, wir kommen hier wieder hoch. Drücke im Sand. Ah, so. Ah, okay. Okay. Okay, wir können es damit auch noch wieder herauskatapultieren. Ähm, dann kann uns das ja hier vielleicht auch noch helfen. Achso, hier war ich doch schon. Oh, hier tut. Ah. Okay, jetzt kann ich das auch so nutzen. Ach, hier karrt man eigentlich sehr gut. Hallo, erschöpftes Wesen. Weiß nicht, ob Geister Wasser brauchen. Aber wenn du doch, dann fürchte ich, wirst du anderswo danach suchen müssen. Einige glauben an einem derart kargen Ort, gäbe es nicht viel zu kartografieren. Aber der Sand ist immer fort in Bewegung. Könnte eine Karte nach der anderen zeichnen. Wo wir gerade von Karten sprechen, möchtest du eine Karte? Ja, möchte ich. Verbindlichsten Dank. Ich habe zu danken. Es geht nichts über Karten, ich liebe Karten. Das ist klar. Gut, also hier ist Secret. Entweder da oder da ist der Weg nach oben. Da unten sind noch Secrets. Jetzt holen wir erstmal die ganzen Secrets. Hier fährt vorne. So, wo ist der Shortcut? Noch ein bisschen weiter. So, wo ist der Shortcut? Ja, den Loot nehmen wir mit. So. Sind wir da durch. Den haben wir schon geholt. Da unten fehlt noch. Und da links fehlt auch noch. Unheimlicher Edelstein. Du hast da einen neuen Questgegenstand gefunden. Ah, okay. Ja, gut. War nicht gewollt. Aber ein blindes Huhn findet man mal auch einen Korn. Oh, die Geisterprüfung. Oh, 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 oh. Ich muss mal etwas trinken. Das ist wieder anstrengend. Wette? Was willst du denn da wetten? Wie viele Anläufe ich brauche? Mehr oder weniger als 20? Weiß ja nicht, Frank. Ja, ne. Ähm. Dafür ist das einfach auch zu... ...wild. Jetzt habe ich halt auch schon keinen Korn mehr, wo ich lange muss hier, ne? Ja, du musst das halt immer und immer wieder machen, damit du das schaffst. Ansonsten kannst du halt Haken. Weil ich muss jetzt erstmal auf ihn warten, weil ich keine Ahnung habe, wo ich hin muss. Okay, hier muss ich das so machen. Okay, ne. Ich muss das noch irgendwie anders machen. Okay, einen Moment. So, hier hoch. Okay. Mal schauen. Ich glaube, es geht aber sogar tatsächlich. Das ist halt noch super schwierig, sich hier zu orientieren, ey. Oh mein Gott. Also, ich hatte einen guten Vorsprung, bis ich die Orientierung verloren habe. Okay, ich muss mir das merken, ich muss hier hoch. Einfach nur da hoch. Kann ich da auch immer möglich sein. Nein, nee, kann ich nicht. Okay. Oh, der Sprung, der Sprung da, der ist auch echt gekümmt. Okay. Also, ich weiß, der ist auch sehr gut. Scheisse. Okay. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, dass du auch... Quatsch. Komm noch mal. Okay. Also erstmal ganz nach rechts einfach. Ah, das ist ein Problem hier. Oh no. Okay, da runterfallen. Da war ja auch noch irgendwie eine bessere Strategie, um da durchzukommen. Okay. Ja, easy. Sehr schön. Haben wir das auch. So, und dann ist das nächste Secret da. Was ist das? Oh, da kommen die Würmer raus. Ja. Aber ja. Eine Bombe kommt da raus. Was ist das überhaupt? Okay. Oh, wow. Hallo, Karte. Da war da vorhin auch Secrets hier bei dem Graben. Oder war das das? Auch wirklich. Wird der Bombe den Eingang zum Loot sprengen? Welcher Loot denn? Ach, da oben. Ah, okay. Dankeschön. Kann ich mich eigentlich auch irgendwie wehren? Ich sollte nur aufpassen, wo ich hinflitze. Oh, die noch kalt. Okay, vielleicht heile ich mich auch erst. Kann ich dem so nicht wehtun? Au. Okay, das ist ein Schießer. So, Bombe. Komm. Put, 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 put. Mist. Mist. Das ist aber gemein mit dem Stein hier nach oben. Ich glaube, der Dranlocken funktioniert nicht. Müsste ich schon da reinschießen. Ah, Mist. Mach die nach so einer Kurve. Jetzt. Okay, haben wir den im Gau. So, dann nach rechts rüber. Wer unten warm war. Oh, krass. Okay, die Stabviecher sind wahrscheinlich böse. Ah, ein Energiezellenfragment. Sehr cool. Au. Oh, der Rückweg ist viel schwerer als der Hinweg. So, und jetzt wurde ich da drüber. Die Nervs. Dezent. Oh, und das ist auch so ein mutiertes Stachelvieh mit extra Panzerraum. Oh. Da komm. Oh. Komm runter. Oh, schade. So. Was mache ich mit dem? Das hat halt keinen Sinn. So. Kannst du das kaputt kloppen? Oh. 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 Das hat wohl genug Kraft dafür. Komm. Okay, anscheinend nicht. Was sind jetzt eigentlich eh die... Ach, okay. Runter komme ich. Oh. Oh. Okay, hier haben wir das auch. Oh. 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 Ja, aber... Sein... Fährschuss. Von der Rückse... Ach so, oh, okay. Wo habe ich denn da? Hä? Okay. Du sagst mir von der Rückseite, Frank, und... Ich komme da aber gar nicht... Ach doch, da. Au. Oh. Nee, das ist keine gute Idee. Schau mal, wo es hier hingehen geht. Aha. Was wollte ich haben? Max Leben wurde erhöht. Sehr cool. Hier muss noch ein Mauer sein. Okay. Mauer. Hier ist eine Mauer, die man durchbrechen kann. Hier war irgendein Vieh, was das machen konnte. Au. Ja, okay. Was hat denn da den Schaden dran gemacht? Das Ding hat ja definitiv schon Schaden gepflegt. Ich glaube nicht, das ist der Frosch. Hä? Au. Oh. Hm. Okay. Ich weiß nicht, wie. Rechts gibt es davon auch nicht. Au. Okay, habe ich hier gesehen. Du meinst diesen Stachel oder was? Ja, da habe ich nicht genug Mana für. Das kostet irgendwie 3 oder 4 Mana. Oh, wow. Ich auch einfach immer vergesse, dass ich da nicht dranbleiben darf. Weil ich verstehe auch nicht, warum das Ding Schaden genommen hat. Wenn, also ich habe ja alles ausprobiert. Keine Ahnung. Das wäre jetzt doch der Frosch gewesen. Ich weiß nicht. Ja, zur Not dann später. Was ist hier noch? Ein Rohdiamant. Ah, okay. Hat viel sich gerade selbst gekehlt? Scheint so. Ach, schade, ne? Was ist hier noch? Oh. So. Oh. Oh, Mann. Ich weiß nicht, wofür der Schalter ist. Haben wir den schon mal gedrückt? Ich glaube, ja. Oh Mann, jetzt sollte ich mich auch mal vorher heilen. Das macht Sinn. Oh Mann, eins ist down und wir uns den zweiten auch noch... Hier sind der bessere Wurm. Hä, was ist mit dem Wurm los? Wieso ist er da draußen? Aber wir wären auch fast dabei draufgegangen. Uh, schon wieder einer. Links ist noch eine Geisterkugel. Ach, Gott sei Dank. Ach so, ich brauche mich gar nicht heilen. Schlimm sieht es gar nicht aus. Hier geht es aber viel und schön gut. Jetzt kommt schon. Ach so, wir lassen noch die Magie. Hä, jetzt bin ich hier einmal drum herum? Ah, okay. Ja. Macht Sinn. Ich glaube, ich habe dann auch alles mitgenommen. Nur hier fehlt noch was. Hier rechts. Gut. Ich bin da draußen, auch hier links. Ach so, ich bin da hinten. Wir sehen uns die Abwechung vom Krokusil. Ja, das ist sehr gut. Ich bin da. Und jetzt bin ich dann. Ich bin da. Ich bin du da. Ich bin da. Ich bin da. Oh Mann, da. Ich bin da. Ich bin da. Bis zumal. So, dann sind wir durch, dann können wir noch da. So. 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 Jetzt nach rechts, ja. Erstmal nach rechts. Hallo. Doc. Okojamo. Mein Kompass, du hast ihn gefunden. Ich schulde dir was, Wanderer. Hier nennen das Schuld beglichen. Oh, bedankt. Gorlek jetzt. Was ist das? Ein Edelstein? Sieht mir ein bisschen ungeschliffen aus. Hm. An deiner Stelle würde ich ihn an einen Experten zeigen und sich ergeben, dass er nicht gefährlich ist. Mit rechts. Ok. Dann müsstest du doch hier sein. So. Wir werden ihn zu dem Experten bringen. Ich dachte, du bist der Experte. Verdammt. Was ist denn da noch irgendwas? Was ist denn jetzt das Questbuch? Ich verstehe das hier nicht mit der Karte. Das ist einfach nicht verständlich gemacht. Ja. Ok, er ist nicht der Experte. Warum verschwindet das dann hier nicht? Verstehe ich nicht. Hm. Ok. Ich glaube, da wollen wir ihn in die Questworte verfolgen. So. Au! Da eben was? Ich hab nicht mal gesehen, ob ich was eingesammelt habe. Das sieht ja witzig aus. Blutestein. Ah, okay. So soll man das nicht machen. Ah! Okay. Wie komme ich denn von dem einen da rüber? Achso, wahrscheinlich. Ah. Unruhe, du hast einen neuen Geisterspieler. Feinde werden schneller wieder zum Leben erweckt. Hä? Was soll der Quatsch denn? Der ist nur zum Looten, oder? Also, ich seh grad den Sinn dahinter. Aber höchstens halt, um ihn zu looten. Aber ansonsten nicht. So. Wo ist denn der Name? Da war ich. Okay, hier nach oben ist noch Verloot. Noch einer. Oder? Ne, das war ein Schlüsselstein. Das war ein Schlüsselstein. Haha, shit. Ich weiß, das muss auch anders gehen. Komm hier. Großes, behartes Vieh. Komm. Schieß nochmal. Mist. Okay. So. Rein da. Ach, ich liebe den Sand. Der Sand ist verpult. Seien, das wird ein Bomben auf mich geschossen. Das finde ich dann wiederum nicht so blöd. War ich nie. Doch, doch, war ich. Hallo. Hä? So, lass den gehen. Kann sein immer, wenn ihr mich aus den Augen verliert. Au. Ich will doch nur nach unten. Au. Das verstehe ich nicht sogar nicht. Ach. Ich verstehe nicht so ganz. auch durch. Uff. Ich verstehe die Mechanik von dieser blöden Bombe nicht. Warum fliegt die mir denn nicht durchgehend hinterher? Wow. Ich verstehe das nicht. Ja, aber auf jeden Fall ist da oben noch eine Mana. Eine Mana. Ah, äh. Uh. Keine Ahnung, ob die Beine kommen. Ich glaube, dass das kein Schießer ist. Oh, das ist das Ding nicht. Ah, es geht darum, dass ich weiter weg sein muss. Oh, jetzt geht die Mechanik hier überall weiter. Ah, es geht darum, dass ich weiter weg bin. So ihr Lieben, ich glaube, das war es dann für heute. Also für dieses Gebiet, da habe ich gerade keinen Nerv mehr drauf. Und ja, dann schauen wir uns so erneut wieder da. Ja, wir schauen uns das dann beim nächsten Mal an, wobei ich nicht sagen kann, wann das das nächste Mal ist. Bevor ich jetzt hier super salzig werde, aber das wird noch anstrengend, das Gebiet. Das wird noch richtig anstrengend. Okay, dann wechseln wir mal rüber. Amen. 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 Amen.